Wir sind hier beim Schaumburg Cup, genauer gesagt beim Mini-Rasenturnier heute hinter mir. Wir haben ein kleines Spielfeld aufgebaut mit Mini-Toren und einem abgekeilten Feld, damit auch unsere Jüngsten hier beim Turnier ein bisschen mehr Handballerfahrung sammeln. Einen Mannschaften sind zusammengekommen und spielen hier hinter mir auf dem Rasen Handball. Und jetzt oben rüber, oben rüber, spiel, 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 voll hier stehen Sie. Und jetzt zusammen, jetzt zusammen, zusammen und nachlaufen, wieder zurückspielen. Und hinter dir, gut so, und gucken. Dankeschön. Guck mal. Hier auf, ich bin aufs Tor. Hier auf, ich bin aufs Tor. Hier auf, ich bin aufs Tor.